25 Jahre UN-Stadt Bonn. Gemeinsam ist es Bund, Land und Stadt gelungen, eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte zu schreiben. Darauf sind wir in Nordrhein-Westfalen stolz und freuen uns über ein besonders schönes Jubiläum im 75. Jahr seit Gründung unseres Landes. Wenn in Bonn eines beständig ist, dann ist es der Wandel. Und so hat sich die frühere Bundeshauptstadt nach dem Hauptstadtbeschluss von 1991 zur deutschen Stadt der Vereinten Nationen entwickelt und dabei enorm an politischer Kraft und Bedeutung gewonnen. Heute verfügt sie über hervorragende Lebens- und Arbeitsbedingungen, ein dichtes Netz von Ministerien, Behörden, Institutionen, der Vereinten Nationen, der Bundesrepublik Deutschland und internationalen Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftseinrichtungen, Großunternehmen und einer sehr lebendigen und engagierten Bürgergesellschaft. Dies prägt diese internationale Stadt am Rhein. Und längst ist die Bundesstadt Bonn weltweit anerkannt als Standort für Nachhaltigkeit und Entwicklungspolitik und ein Ort der Weltoffenheit. Wie wichtig das ist, zeigen die Folgen eines weltweit zunehmenden Populismus und Nationalismus. Internationale Konflikte und große Herausforderungen wie Klimawandel und Corona-Pandemie brauchen multilaterale Antworten. Tatsache ist, in dieser Welt können wir nur gemeinsam erfolgreich sein. Teamplayer sind gefragt, keine Solisten oder Egoisten. Das Land Nordrhein-Westfalen hat gemeinsam mit allen Akteuren vor Ort mit dazu beigetragen, dass am internationalen Standort Bonn ein einzigartiges Netzwerk an Kompetenzen für Nachhaltigkeit entstanden ist, mit internationalen Konferenzen und Veranstaltungen, neuen Ansiedlungen und Kooperationen im Bereich der Wissenschaft, zahlreichen Projekten der UN und anderer und natürlich durch einen regelmäßigen Dialog. Auch die Nordrhein-Westfälische Akademie für internationale Politik, die seit Ende des vergangenen Jahres ihren Sitz in Bonn hat, wird daran engagiert mitwirken. Fellows aus der ganzen Welt werden nach Bonn kommen und interkulturell und international zusammenarbeiten. Die Vision einer Zukunft in Frieden und Freiheit für alle Menschen ist eine Verpflichtung, uns für die Vereinten Nationen stark zu machen. Von der UN-Stadt Bonn, ihren Bürgerinnen und Bürgern und ihrer vielfältigen internationalen Gemeinschaft geht das Signal in die Welt, dass Veränderung im Sinne der Agenda 2030 und zugunsten nachfolgender Generationen gelingen kann. Lassen Sie uns gemeinsam dafür arbeiten.